Hallo und herzlich willkommen zur Andacht in 100 Sekunden Lockdown but cheered up aufgemuntert. Heute habe ich etwas ganz wichtiges mitgebracht. Etwas was jeder Mensch hier in Melbourne bräuchte und zwar ist das ein Regenschirm. Am besten so einen wie den hier, ein ganz großer Regenschirm. Einer, der richtig schützt, wenn es mal regnet, denn hier in dieser Stadt regnet es nicht nur so, sondern ganz oft und ganz viel. Wer weiß, vielleicht schützt der Regen sogar auch mal vor Schneefallen. Man weiß das hier nie in Melbourne. Aber auf jeden Fall schützt er auch vor Sonnenschein. Manchmal scheint es hier so stark, dass wir einen Schutz brauchen. Und so ein Regenschirm wie dieser hier, der ist ganz praktisch und zwar haben da mehr als eine Person Platz drunter. Zwei, vielleicht drei. So ein Schirm, der gibt Schutz, der bietet Schutz. Jeder braucht einen. Und Psalm 191 ermutigt uns und erinnert uns in diesem Bild an Gott selbst. Und er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, Herr, mein Gott und meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich hoffe. So wünsche ich euch einen beschirmten Tag. Ciao, bis bald.